So, ja, ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuseherinnen recht herzlich zu unserem Gespräch Zukunftsforschung, Vergangenheit, 100 Jahre Leben und wirklich so gerne neu zu treffen. Mein Name ist die Kollegin Arta Trotsch und im Namen der Wiener Zuhörfrauen und des EGERS darf ich heute zwei Frauen an meiner Seite begrüßen, die uns in das Leben und Wirkung dieser Pionieren der Frauengeschichtforschung dieser großen Tochter Jens eintauchen lassen. Sie hätte am kommenden Sonnertag, wenn ich am 30. April ihren 100. Geburtstag gescheit. Ich bin sehr glücklich und froh, dass wir dieses Jubiläum als Wiener Zuhörfrauen aufgegriffen haben und ich heute neben dem Fonds auch eine gewisse Ausstellung über unsere Social Media Kanäle anbieten darf. Ab 30. April ist diese Ausstellung via Instagram und Facebook der EGERS zu sehen und ich glaube schon jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ein, auch auf unsere Social Media Kanäle ab Donnerstag zu schauen. Die Veranstaltung wäre ja ursprünglich in den Räumlichkeiten unseres Frauen- und Kommunikationszentrums EGERS geplant gewesen, eine Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung, eben die Ausstellung in der EGERS A-Planche. Nun haben wir beide in den virtuellen Raum transferiert und ich möchte jetzt gleich zu Beginn auf bei dir wunderbar starke Frauen vor dem Vorhaben wohl in den Tagen, die diesen Abend gemeinsam geplant haben. Ich danke sehr herzlich für die Kooperation und für wunderbare Zusammenarbeit. Ich möchte jetzt beginnen bei dir, liebe Hildegard. Das ist von Hildegard Dekamau vom Frauenstudier-Zirkel. Herzlich willkommen, du bist heute eine der Gesprächsteilnehmerinnen und ich sage dir auch sehr aufrichtigen Dank für die Vorbereitungen und ich begrüße dich recht herzlich. Danke. Ich möchte mich weiter sehr aufrichtig bedanken und heiße sie auch recht herzlich willkommen in dieser Runde. Ich bin auch eine der Gesprächsteilnehmerinnen. Herzlich willkommen und danke auch dir, Magister Andrea N. Holtmann, die ist die Verschesserin der politischen Dioplastie von Gerda Dörner. Vielen Dank und herzlich willkommen, Andrea. Danke schön. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin im EGA, Magister Bauer-Mittlinger, bei Magister Bauer-Holtmann im Rhein-Institut, die uns auch als Artikel schon ließ für die Ausstellung und danke auch an die Wiener Bildungsakademie, hier zur Saison Bernd Herde für das technische Support heute Abend. Schön, dass so viele hier Videokonferenz bzw. Facebook-Live-Stream dabei sind. Es ist möglich, hier einzusteigen zur Konferenz und hier direkt im Chat Fragen zu stellen, aber auch über den Livestream in den Kommentaren Fragen zu posten. Meine Kollegin Bauer und ich werden uns sehr bemühen, alle Fragen zu berücksichtigen, um sie auch aufzunehmen in die Gesprächsrunde. Bevor ich nun den beiden Versprechpartnerinnen das Wort übergeben kann, nacheinander, möchte ich ganz kurz einen kleinen Abniss über die Person, die wir jetzt untergelegen, Gerda Dörner hier zum Besten geben. Also hier greife ich ein, eine der großen Töchter Wien, also Wien gedenkt ihr oder hat ihr schon mehrfach gedankt und gedenkt auf die, eine Sache, wo ich immer wieder auch als Gemeinderät und Landesabgeordnete vorbeigehe, die Tafel, die Markaden hoch im Rathaus, wo ich immer wieder auch zurückdenken muss, Andrea, wie die auch mit der Tochter vor Ort war, noch viele andere Nichtbegleiterinnen und Frauen, die wir in den Vizierenden hier diese Andrängung beigetragen haben. Es wurde zu dem 16. Gerda Lörner hoch, nachdem man es auch die Genellung eines Tags für dem 16. Gerda Lörner hat. Es gibt nur noch einzelne Maßnahmen, die ich von denen auch Marken kann und getan hat, um eher zu würdigen. Aber mehr, dass sie dann eben auch noch bei Andrea und Hildegard. Gerda Lörner, wie gesagt, am 30. April 1920 in Wien ist Gerda Rohnstein geboren, hoch in einer gutbürgerlichen, jüdischen und unkonventionellen Familie auch. Schon in ihrer Schulzeit war sie politisch aktiv. Sie wurde 1938 mit ihrer Mutter mehrere Wochen in Gestapohaft genommen und nach der Entlassung und zur Ablegung ihrer Reiseprüfung flüchtete sie 1939 ohne Eltern und bis zuerst ab. In New York schützt sich die in Wien begonnenen Betätigung von den linken antifaschistischen Parteisen vor. Er war Mitglied der Kommunistischen Partei, die zog dann mit ihrem zweiten Mann 1941 nach November 1943 zur Staatsbürgerin erschaffen und hoch dann mit ihrem Mann und ihren Kinder aufgrund der Verfolgung von Kommunistinnen in der Mikati-Ära zurück nach New York. In den 1940er und 1950er Jahren schrieb Gerda Lörner Kurzgeschichten, Rätsel und Romane, unter anderem aus 1955 den Roman No Farewell, der sich mit Wien in der Zeit vor dem Anschluss beschäftigt. Sie engagierten sich in der Frauenrechtsorganisation Conference of American Women und arbeiteten hier mit amtsgefährdeten schwarzen Frauen zusammen. Dadurch begann sie sich mit den Interdependenzen von Race, Gender und Class auseinanderzusetzen, Themen, die ihre späteren historischen Arbeiten entretten. Im Zuge der Schreibung eines historischen Romans inspirierte sie mit 38 Jahren die Geschichte und nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums, die dissertierte über die weißen Pionierenden der Bewegung gegen die Sklammerei, begann sie 1968 am Sarah Lawrence College in York zu unterrichten. Dort unterrichtete sie ein Masterprogramm in Frauen Geschichte ein, das bis heute besteht. Und aus dem Absieg, wo sie Professoren am University of Wisconsin, wo sie das R2US-amerikanische PhD-Programm in Frauen Geschichte probierte. Gerda Lörner startete am 2. Jänner 2013 in Madison USA und es sind viele Zitate von ihr überliefert und Hildegard will uns da genauer davon unterrichten, aber ich möchte gleich mit einem Hildegard überlegen, nämlich eines, was mich sehr aus in meiner Arbeit in der Sozialdemokratie auch für die Frauen und die Gesellschaft trägt, nämlich jede Frau ändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat. Bitte, liebe Hildegard Steger-Mauernhofer, um deine Worte. Vielen Dank, Nicole. Ja, ich möchte festhalten, dass ich den Frauenstudienzirkel im EGA 2007 gegründet habe. Das war auch mit deiner Hilfe, Nicole. Und das war das Anliegen von Gerda Lörner, das feministische Anliegen, jede Frau sollte mindestens ein Jahr lang Frauengeschichte studieren, egal was sie sonst macht. Und das hast du dann jetzt schon gesagt, jede Frau ändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat. Und das war für mich ein, wie soll ich sagen, so inspirierend, dass wir zwei Studentinnen und ich damals, wir haben Gender Studies studiert, 2006 bis 2007, und wir haben dann eine, haben gesagt, ja, wir machen einen Frauenstudienzirkel, wie die Schweden, die haben diesen Studienzirkel ohnehin in der Gewerkschaft, gibt es diese Form von Miteinander auf Voneinander lernen, ja. Und wir haben dann eine Website mit der Unterstützung der SPÖ-Frauen machen können, wo wir die Frauen, die verschiedenen feministischen und frauenpolitischen und historischen Themen immer wieder, die wir, anfangs haben wir 14-tägig uns getroffen und dann einmal im Monat jetzt. Und zum Großteil sind diese Texte auch auf unserer Website. Also, kann man, braucht man nur eingeben, Frauenstudienzirkel.net, und ja. Was für mich auch ganz spannend war, die Begegnungen mit Gerda Lörner. Ich war sehr lange im Renner-Institut tätig, in der Frauenpolitischen Abteilung und habe mit der Johanna Kühlbauer, die mich auch sehr tagtäglich unterstützt hat, verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Ich möchte nur ein paar nennen, und zwar im Mai 1996 haben wir damals unter der Frauenministerin Helga Konrad das Thema Geschlechterdemokratie gehabt und da haben wir die Gerda Lörner eingeladen. 1998 im März hat es dann eine Veranstaltung gegeben, Zukunftsperspektiven der Frauenpolitik. Da war schon die Barbara Brammer, Frauenministerin, und dann war ein ganz entscheidendes Workshop im Renner-Institut im Dezember, zum Beispiel 2000 oder 2002, das konnte ich jetzt nicht mehr genau erluieren. Das war auch mit der Barbara Brammer. Und hier hat die Gerda Lörner ganz stark gesagt, sie hat sehr, sehr viel mit den Frauen in kleinen Workshops zusammengearbeitet, also Studentinnen. Und sie meint, das ist ganz das Wichtigste, dass wir wirklich dieses Motto auch Voneinander miteinander miteinander lernen. Und meine erste, das erste Kennenlernen von Gerda Lörner war schon 1995, da hat sie den Käthe Leichter-Preis bekommen, das war unter der Frauenministerin Joanna Donal. Und es hat dann auch ein sehr entscheidendes Treffen gegeben, und zwar 2007 hat sie den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch, aber für 2006 hat sie das bekommen. Aber 2007 hat es diese Veranstaltung gegeben in der Nationalbibliothek und da hat sie sich sehr, sehr, ihr hat es unheimlich getaugt, dass sie da in Österreich in diesen Räumlichkeiten jetzt steht und sie hat sich sehr, sehr geehrt gefühlt, ja. Und da möchte ich gerne zitieren. Sie hat gesagt, ja, auf dem schönsten Platz in ganz Wien und in diesem herrlichen Gebäude zu stehen, dem Archiv der Geschichte der Nation und in Anwesenheit von so vielen führenden Politikern und Intellektuellen geehrt zu werden, bedeutet für mich wirklich sehr viel. Und das war auch ein ein bisschen so ein Gutmachen, ja. Das, was sie alles erlebt hat in Wien, in Österreich mit der ganzen Autofaschismus und Nazizeit. Ich möchte jetzt noch etwas zitieren, weil sie hat das auch sehr, für sie war das ganz, ganz wichtig. Sie hatte Erinnerungen daran, als Kind, in einem sozialdemokratischen Wien aufzuwachsen. Und da sagt sie dann, da gab es für jedes Baby eine volle Ausstattung, für jedes Schulkind täglich freie Milch. Für Mittelschulkinder, die zu Hause oder in der Schule Probleme hatten, gab es freie Probleme hatten, gab es freie Beratungsstellen. Am 1. Mai feierte man die Arbeiterbewegung mit großen Paraden. Ja, und sie hat dann noch gemeint, für sie war die Zeit, diese Nazi-Zeit, also eine, sie ist ja auch vorher dann inhaftiert gewesen. Und sie erinnert sich noch an den Terror dieser Bombardierung, der fünf Tage lang dauerte. Während die öffentlichen Radioberichte uns erzählten, alles sei schon friedlich. Und die sozialistischen Revolutionäre hätten den Widerstand schon aufgegeben. Also es war 34. Seit damals habe ich öffentlichen Nachrichten nie Vertrauen geschenkt. Das ist für uns heute auch sehr interessant, diese Aussage, insofern, dass man immer auch kritisch diese öffentlichen Nachrichten betrachtet. Und im nächsten Jahr, sagt sie, habe ich illegale Zeitungen verteilt und habe eine Familie durch Rote Hilfe unterstützt. Es war für sie der Verlust der Demokratie damals und die vier Jahre, die ich unter dem Autofaschismus lebte. Die haben mich lebenslang zur politischen Aktivistin gemacht. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache und ihre ganze Arbeit, wie sie die Bücher geschrieben hat, die Entstehung des Patriarchats oder das feministische Bewusstsein, ich finde, sie ist eine wirklich überall durch Drungen mit diesem Aktivismus. Ja, und diesbezüglich mit diesen kleinen Zitaten aus der Preisrede damals zum Bruno Kreisky-Preis möchte ich jetzt der Andrea das Wort geben. Ja, Dankeschön. Also für mich ist es eine große Ehre und Freude, da mit euch ein paar Erinnerungen an die Gerda zu teilen. Auch über dieses Medium, was die Gerda wahrscheinlich leichter gehandhabt hätte als ich, weil unsere Zusammenarbeit hat seinerzeit so begonnen, dass sie gesagt hat, wir machen das über Skype. Das war 2007. Ich hatte keine Ahnung, wo Skype ist. Und sie, was? Sie kennen keinen Skype? Ich bin 90 Jahre alt damals. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir das jetzt machen, auch unter diesen Bedingungen. Und ich denke, wir erfüllen ja quasi auch einen Auftrag der Gerda, in dem wir Frauen sichtbar machen und uns wichtiger Frauen erinnern, der Frauen Geschichte erinnern, der Frauen die Geschichte gemacht haben. Und das tun wir so mit. Ja, ich habe jetzt, ihr habt jetzt schon ein bisschen erzählt über ihren Lebensweg und über ihre Auftritte in Wien, die ich ja auch zum Teil miterlebt habe. Ich muss sagen, ich bin seit langem ein Fan von ihr gewesen. Ich erinnere mich noch, wie sie da mit blitzenden Augen gestanden ist, in einem bunten, schönen, wahlenden Gewand und der Vortrag gehalten hat oder eben aus diesem Auftritt in der Nationalbibliothek. Die Rede ist ja, glaube ich, heute noch nachlesbar. Die ist sehr empfehlen. Ja. Es ist eine wunderbare Rede gewesen. Und ja, ihre Bücher habe ich verschlungen. Ich habe jetzt vor kurzem wieder das Entstehen des Patria Hartzner vorgeholt. Das habe ich vor 20 oder 30 Jahren gelesen. Ich weiß nicht mehr warum. Jedenfalls ist es vor Unterschreibungen und Rufzeichen und ja, genau. Und so ist es. Und ja, es war in meinen Kreisen bekannt, dass ich sozusagen ein Fan der Gerda Lerner war. Und so ist die Barbara Rosenberg, die ich an diesem Kreis auch nicht vorstellen muss, auf die kühne Idee gekommen, anlässlich eines Essens zur Kreisverleihung, wo die Gerda gesagt hat, dass sie eine Autobiografie geschrieben hat und sie gerne auf Deutsch herausbringen würde. Und dann ist die Barbara eben auf die Idee gekommen, dass ich das machen könnte. Und sie hat mir den Vorschlag gemacht. Ich bin aber weder Übersetzerin noch Historikerin, sondern Sozialwissenschaftlerin. Aber es war so, dass ja mal zunächst kein Geld da war für die Übersetzung. Und das hat mich ermutigt. Weil man gedacht, ich mache es sowieso. Mir wäre es eine Ehre. Und ich habe mich dann ganz kühn als Werk gemacht. Und habe zwei Kapitel übersetzt und habe es der Gerda geschickt. Und sie war einverstanden. Und dann haben sie eben die Zusammenarbeit so ausgemacht, dass ich immer die Übersetzung mache, dass ich ihr schicke, sie die Anmerkungen zurückschickt und wir dann über Skype darüber reden. Und so ist es dann auch abgelaufen. Also ich bin nicht die alleinige Übersetzerin, weil Gerda hat zwar sehr lange nicht mehr Deutsch gesprochen und war nicht mehr grammatikalisch nicht mehr ganz sicher. Also sie hat mich oft gefragt, kann man das so sagen? Aber sie hat jeden Tippfehler hat sie sofort gesehen. Jeden Beispielfehler. Sie hat auch die Wörter. Es hat ein unglaubliches Geschwür gehabt für die Wörter nach wie vor. Die Ausdrücke. Also ihr Deutsch war in Wirklichkeit noch perfekt. Allerdings, ja, ein bisschen habe ich bemerkt, wie sich die Sprache doch ändert in den 70 Jahren. Also wir haben uns inhaltlich sehr, sehr gut verstanden, aber über Sprache ist es öfters zu kleinen Auseinandersetzungen gekommen, wenn sie gemeint hat oder mir vorgeworfen hat, das sei alles so deutsch. Ich sollte das doch österreichisch ausdrücken. Irgendwie gefällt das auch schon vor dem deutschen Fernsehen offensichtlich. Also Beispiel, das Wort frustriert hat sie einmal nicht hören wollen und dann auch das Wort liiert. Da hat sie vorgeschlagen verbunden. Da habe ich gesagt, das ist etwas anderes verbunden und liiert. Also so war es sehr interessant für mich und hat mich zur Genauigkeit gezwungen und auch dazu, nicht flapsig irgendein Wort, das man in der Alltagssparung verwendet, zu nehmen, sondern wirklich nach einem schönen deutschsprachigen Ausdruck zu suchen. Ja, es gab sehr berührende Momente in der Zusammenarbeit. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Streitereien immer besonders intensiv wurden, wenn es um ihre Mutter ging im Text. Und ich habe dann diese Beobachtung einmal nachher, wie wir schon fertig waren und wie wir es persönlich kennengelernt haben, mit ihr geteilt und dann hat sie gesagt, ja, sie hat während der Arbeit am deutschen Text sehr viel geweint. Und das ist hier viel näher gegangen als die englische Fassung. Kann man sich hier gut vorstellen. Wer das Buch gelesen hat, weiß auch, dass sie versucht hat, die Mutter in die USA nachzuholen. Also sie hat jahrelang versucht unternommen und das ist erfolglos geblieben. Und sie hat die Mutter nach ihrer Vertreibung nie wieder gesehen. Ja, am Ende hat sie dann gesagt, dass ihr die deutsche Version besser gefällt als die englische. Was die Mutter gar nicht glauben konnte. Weil sie gesagt hat, Lob kommt aus dem Mund von der Gerda Lörner nicht so häufig. Also jetzt hört es ganz was anderes. Ja. Worum geht es Ihnen um Feuerkraut? Also ich habe das Buch zeige ich kurz her. Für die, die nicht kennen, erschienen im Janine Verlag. Ich glaube, es gibt eine zweite Auflage. Ist eine politische Biografie. Und das ist wirklich eine politische Biografie. Und sie ist aber auch so spannend zu lesen und zu berühren, dass sie sich beim wiederholten Lesen immer noch Herzklopfen bekommen hat bei manchen Passagen. Also sie schildert das Aufwachsen Gerdas in Wien der 20er und 30er Jahre. Das hat die Nicole eh schon erzählt. Bürgerlich assimilierter jüdischer Haushalt. Der Vater war der Inhaber der Rathausapotheke, die es ja heute noch gibt. Und die eigentlich immer gleich ausschaut, wie mir die Tochter versichert hat. Sie hat in einer Villa in Döbling gewohnt. Deswegen auch die Nähe zum Karl-Marx-Hof. Wo sie eben, wie die Hildegard schon gesagt hat, beschrieben hat, wie sie da gehört hat. Die Kanonen auf der einen Seite und die Walzer Musik im Radio auf der anderen. 1934. Ja, sie ist in einer sehr bürgerlichen Familie aufgewachsen. Allerdings sehr unkonventionell. Also ich war erstaunt über die familiären Verhältnisse in dieser Zeit. In bürgerlichen Familien. Und hat sie auch mit der Arbeiterschaft solidarisiert. Und sie hat... Ja, ich habe auch eine Passage, die sehr ähnlich dessen ist, was die Hildegard vorhin schon gesagt hat. Wie sie das Rote Wien beschreibt. Ich lasse das dann vielleicht am Schluss, das wir dann ein bisschen vorlesen. Weil die ist wunderschön. Und wenn man sagt, dass das Buch eigentlich für ein amerikanisches Publikum geschrieben worden ist, 70 Jahre später, ist das schon bemerkenswert, wie sie das hervorholt und vor dem Vorhang steht. Ja, sie erzählt dann eben auch von der Unterstützung von Familien, von Widerstandsdeckung, dass sie lebensgefährlich war von ihrer Verhaftung. Und dass sie nur deswegen entlassen wurde aus dem Gefängnis, weil sie eben kurz vor der Matura hätte stehen sollen oder gestanden wäre. Und das auch ins Treffen geführt hat gegenüber dem Untersuchungsrichter und der zufälliger Deutschlehrer war. Und mit dem hat sie dann eine Diskussion über die Deutsche Ballade begonnen. Und aufgrund dessen hat er ihre Freilassung angeordnet. Und sie hat aber gesagt, ohne ihre Mutter geht sie nicht. Was auch schon sehr deutlich ihren Charakter eigentlich offenlädt. Und da wurde die Mutter auch freigelassen. Und der zweite Teil des Buches schildert eben ihre Ankunft in den USA, den Überlebenskampf der ersten Jahre, die politischen Aktivitäten, das du mit Nicole schon ein bisschen erzählst. Ihre Beteiligung an der Bürgerrechtsbewegung und eben auch ihre Hellsichtigkeit für faschistroide Entwicklungen. Und dann eben auch die McCarthy-Ära, wo sie und ihr Mann wieder verfolgt worden sind und dann von der Westen an die Ostküste geflüchtet sind. Ja, das Buch endet dann Anfang der 1960er Jahre und ab dann spricht sie eigentlich durch die wissenschaftlichen Werke zu uns. Sie war eine späte Studentin, was mich immer sehr ermutigt hat, weil ich auch im zweiten Bildungsweg studiert habe. Also sie war wie mein Leitstern, was das betrifft. Sie hat sehr, sehr schnell studiert, sie ist ja schnell zur Professorin geworden. Also 1968, glaube ich, hat sie die Professur schon bekommen. Und sie hat dann in 1972 den ersten Masterstudienlehrgang Frau- und Frauenstudien, also Women's Studies, mitiniziert. Und 1980, da war sie schon 60 Jahre alt, hat sie in Wisconsin, sie ist nach Wisconsin gezogen, alleine, und hat dort das Doktoratstudium aufgebaut. Das weltweit erste. Mhm. Ja, also die hat Gerda hat, was mich halt, wie gesagt, ich bin kein Historikerin und ich hoffe, dass die wissenschaftliche Veranstaltung, die wir angedacht haben, im Herbst dann wirklich stattfindet, wo es dann um wissenschaftliche Auseinandersetzungen geht. Aber für mich war besonders interessant, dass sie beschrieben hat, wie es zur Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern gekommen ist, historisch. Und dass die, also früher mal ganz funktional war, wie das Überleben der Sippe noch abhängig war von Muttermilch und Mutterwärme, war das sinnvoll, dass die Frauen geschützt sind und die Männer quasi die Außenarbeit leisten. Und mittlerweile haben wir ja andere Möglichkeiten, die Kinder zu ernähren und zu wärmen und es gibt jetzt eigentlich keinen Grund mehr, diese Arbeitsteilung aufrecht zu erhalten. Und sie hat sich eben auch gefragt, wieso das immer noch so ist und ist zu dem Schluss gekommen, das liegt am fehlenden feministischen Bewusstsein der Menschen, insbesondere der Frauen. Weil das sind die Frauen, die ihre Töchter sozialisieren in erster Linie und sie machen das Instagram traditionellerweise, weil ihnen eben das Bewusstsein, die Bewusstsein für ihre Geschichte fehlt. Ja und diese, sie bringt diese Erkenntnisse auf den Punkt und leitet sie so stimmig ab, also für mich war das zum ersten Mal stimmig erklärt, wieso die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Ja und wie diese Fragen auch heute noch sind, also von unsichtbaren Frauen, ich weiß nicht, wer kennt wahrscheinlich dieses Buch, das ist momentan ein Bestseller, heißt unsichtbare Frauen. Ich habe es durchgelesen und habe im Übrigen auch ein positives Beispiel aus Wien gefunden. Aber es geht genau darum, dass Frauen nach wie vor ignoriert werden, dass die Männer als das absolute gesehen werden und die Frauen ist das, wie Simone de Beauvoir sagte, das andere. Und heute noch früher haben wir einen Artikel auf der Zeit online gelesen, wo eben auf die Gefahr aufmerksam gemacht wird, dass wir jetzt im Zuge von der Corona-Maßnahmen wieder in die alte Arbeitspläne zurückfallen. Es wird, also von Kindergartenöffnung habe ich jetzt noch nichts gehört, es wird davon ausgegangen, die Frauen machen weiter die unbezahlte Arbeit zu Hause. Also leider sind die Thesen der lieben Gerda aktueller als von jedem. Was ich auch noch ein bisschen erzählen würde, möchte ich halt ihre Persönlichkeit, also was ich mit ihr so erlebt habe, um zu zeigen, was für ein vielschichtiger Mädchen war. Also sie hat auch einmal alles, also Dini hat schon gesagt, alles hinterfragt. Und das erklärt sich aus ihrer Geschichte, sie hat nie irgendwas für braue Münze genommen, alles angezweifelt, alles hinterfragt. Dann hat sie alles analysiert und alles beschrieben. Also sie hat sehr beschriftlich aufgearbeitet und im Feuerkraut gibt es eine Stelle, wo ihr Mann sagt, du wirst eines Tages noch deinen eigenen Tod beschreiben. In der Arbeit war sie unglaublich anspruchsvoll und fordernd. Vorher ist natürlich sich selbst gegenüber, aber auch allen anderen gegenüber. Und ich habe das auch selber auch noch erfahren. So etwas ist sehr streng über Kritik und this is not enough. This is not good enough, das ist so ein Satz, der typisch ist für sie. Und sie ist selber akribisch ans Werk gegangen, hat aber trotzdem nie den Blick aufs Ganze verloren. Also sie war trotzdem immer jemand, die großzügig schauen konnte und aufs Wesentliche sich konzentrieren konnte. Dann habe ich gesehen, wie ernst das Publikum nahm. Bei einer Veranstaltung sind Fragen gestellt worden, die hat sie nachher diskutiert, also in dem Fall zufällig mit mir, weil ich halt dort war. Und hat sie dann bei der nächsten Veranstaltung gleich hineingenommen in ihren Vortrag, weil es vorher wichtiger war, wie die Leute, die Resonanz der Menschen. Und ja, man hat sich immer leicht mit ihr gehabt und in meiner Meinung behauptet sie sehr schwierig. Die Autorin des Filmes, den wir vielleicht auch zeigen werden dann bei der realen Veranstaltung, hat ja beschrieben, wie schwierig es war, um die Gerda heranzukommen und sich zur Mitwirkung an den Film zu überreden. Und ich habe selber in einem frühen beruflichen Kontext auch nochmal diese Erfahrung gemacht. Da wollte ich sie auf ein sehr prominent besetztes Podium einladen. Also da waren zwei Nobelpreisträger da und sie hätte auch dazu kommen sollen, hat sie mir lapidar beschieden. Sie hat keine Lust, um Europa zu reisen. Also wir kamen nicht und ihr, was ich mir erzählt habe, später hat sie gegrinst und hat gesagt, na wunder, dass ich überhaupt geantwortet habe. Sehr gut. Ja, man hat das mit einem Scham gemacht, man konnte ja überhaupt nicht böse sein. Ja. Ja, der Widerspruchsgeist, glaube ich, hat sie dazu gebracht, solche Forschungsfragen überhaupt zu formulieren. Weil wenn sie im Mainstream ihrer Disziplin geblieben wäre, hätte sie wahrscheinlich besser gar nicht auf die Idee gekommen, solche Sachen zu fragen, die eigentlich revolutionär waren. Ja, wer sie persönlich erlebt hat, weiß, wie charismatisch die im Auftreten war und wie unglaublich charmant und auch humorvoll und selbstironisch. Und eine Anekdote, die wahrscheinlich einige von euch kennen, weil sie das Resultat gesehen haben. Sie hat 14 Ehrendoktorate bekommen und für jeden gibt es da so einen bunten Umhang. Und irgendwann hat sie gesagt, was soll ich mit diesen Fetzen und hat dann ein Bild aus diesen Umhängen nähen lassen. Also was typisch Weibliches, amerikanische Pionierinnen und das wunderschöne Stück ist vor ein paar Jahren im Jüdischmuseum ausgestellt gewesen. Da gibt es wahrscheinlich in der Ausstellung ein Foto davon. Aber auch typisch, ganz typisch gerne, würde ich einmal sagen. Ja. Ja, zum Schluss noch. Sie war 2009 eben zur Präsentation der deutschsprachigen Ausgabe von Feuerkraut in Wien. Sie war noch die Barama-Tama, die der ersten Präsentation vorgesessen ist. Und dann der Alfred Hussenfrau, der eine sehr schöne Laudatio auch gehalten hat auf sie, der zweiten. Da ist sie dann leider sehr, sehr schwer erkannt. Und zwar so, dass man mir im Spital gesagt hat, ruft die Verwandten sofort, das dauert nicht mehr. Und da sind dann eben Sohn und Tochter gekommen. Und mit der Tochter verbindet mich aus dieser Zeit eine Freundschaft bis heute. Ja, es war wochenlang an der Kippe und dann hat sie sich, die Ärzte haben von einem Wunder gesprochen, erholt. Sie war immerhin fast 90 Jahre alt. Und nach drei Monaten im Spitalsaufenthalt hat sie mich dann wissen lassen, sie will mich jetzt sehen. Und dann bin ich hingefahren und habe halt ein Häufchen Elend im Bett erwartet. Und was habe ich wirklich vorgefunden, sie ist vor dem Spital in der Sonne im Rollstuhl gesessen, frisch vom Friseur die Nägel lackiert. Und hat sie gesagt, ja, jetzt bin ich wenigstens mein Doppelkinn losgeworden. Und dann haben wir sofort uns daran gemacht, zu überlegen, wie man Feuerkaut besser unter die Leute bringen. Also so war sie. Und damals wollte sie zurück in die USA. Das war natürlich sehr gefährlich. Aber da war sie mit einer gehörenden Portion Fatalismus gesegnet. Und habe gesagt, ja, wir haben selbst vorbeikommen, dass ich probiert jetzt. Das ist rüber angeflogen mit einer Ärztin. Und hat dann mir nach drei Monaten gesagt, nein, jetzt habe ich Gott sei Dank meinen Führerschein wieder. Weil das ist ja unerträglich, wenn man so abhängig ist von den anderen Leuten. Also kämpferisch bis zum Schluss. Ja, ich bin dann mit ihr in Kontakt geblieben noch. Sie hat ja dann noch zwei, drei Jahre gelebt. Und mit ihrer Tochter, wie gesagt, immer noch. Und ihr letzter Aufenthalt in Wien hat bis jetzt auch aufgefallen, etwas sehr Versöhnliches gehabt. Weil die Stadt Wien hat keinen Augenblick gezögert, als es um den Spitalsaufenthalt und um den Rückflug gegangen ist. Sie hat keine Versicherung gehabt hier. Also es wäre auch teuer gekommen. Und das war mit einem Fehlerstrich erledigt. Und das war für die Gärer auch sehr, sehr wichtig. Und sie hat das auch sehr gewürdigt. Ja, sie war in den USA sehr bekannt. Das hat sie im Ablegen, hat die New York Times einen mehrseitigen Artikel über sie veröffentlicht. Und die Nicole hat eh schon gesagt, wie sie in Wien gewürdigt worden ist. Gemeindebau, Benehnung, Gerda-Löhrner-Park im 18. Bezirk und eben auf den Frauenweg in Deutschland auf dem Park ist sie auch vertreten. Ja, so viel einmal zu meinen Erinnerungen. Für mich war das eine wunderschöne Zeit, mit ihr zu arbeiten und sich kennenzulernen. Also sie war inspirierend wie Seltennehmer. Und ich bin eigentlich sehr stolz auf dieses Werk mehr als auf die andere in meiner Welt. Super. Vielleicht darf ich da kurz was dazu sagen. Es gibt da ein Interview, das die Ingrid Bauer, die Historikerin und auch die Christa Hemmerle mit Gerda-Löhrner geführt haben. Und zwar 2005, wie sie 85 Jahre war. Und das Interview heißt, das Altern ist ein Tanz auf unebener Erde. Und weil sie ihr Leben jetzt so geschildert hat, hat sie auch in diesem Interview gesagt, man altert so wie man gelebt hat. Also das ist so typisch für sie. Und das andere, was du mit dem Autofahren gesagt hast, da hat sie gesagt, solange man selbst Autofahren kann, geht es im Alter noch ganz gut. Und man kann bei vielen mitmachen. Aber wenn das Chauffieren nicht mehr geht, sind alte Menschen wirklich isoliert. Und ich glaube, das hat sie dann wirklich gebürchtet. Und deshalb wollte ich sie unbedingt noch auch davon. Weil natürlich in so einem hohen Alter weiß man nicht genau, ob das ein Risiko ist oder nicht. Aber das war die Gerda-Löhrner. Es gibt sicher für die USA mehr als für Wien. Ja. Ihr habt ein Ort bist. Ja. Aber das stimmt schon, ja. Ja. Du hast noch jetzt gesagt, dass du etwas zitieren willst zur Sozialdemokratie in Wien. Ja. Das wäre vielleicht ganz gut, oder? Ja. Das würde ich auch noch gerne bitte, Andrea. Dann würde ich ja mal die Fragen eröffnen. Bitte, Andrea. Okay. Die Sozialdemokraten kannte ich wegen ganz konkreter Dinge. Österreich war seit 1918 eine parlamentarische Demokratie. In vielen Bundesländern war die klerikale Partei stark und hatte seit dem Jahr, in dem Hitler in Deutschland an die Macht gekommen war, noch weiter an Stärke zugelegt. Doch Wien, die größte Stadt Österreichs, in der fast ein Drittel der Einwohner des Landes lebte, hatte dort lange eine sozialdemokratische Mehrheit. In der Volksschule wurde uns vermittelt, was die Wiener Sozialdemokraten erreicht hatten. Für jedes Wiener Kind gab es zur Geburt eine komplette Säuglingsausstattung. Jedes Kind bekam freie Schulmilch, gratis Impfungen und kostenfrei Zahnbehandlung. In der Schule gab es keine religiösen Indoktrinationen und die Kinder wurden ermutigt, die Dinge in Frage zu stellen und sich in demokratischer Selbstorganisation zu üben. Aber die größte Errungenschaft der Wiener Sozialdemokraten, jene, die sie mit dem meisten Stolz erfüllte, waren ihre Bauten. Mit öffentlichen Geldern wurden riesige Wohnanlagen errichtet, in denen Arbeiter zu erschwindeligen Mieten wohnen konnten. Diese Arbeiterwohnbauten waren der ganze Schulz Wiens und jeder ausländische Besucher musste den größten und schönsten, den Karl-Marx-Hoch, besichten. All diese Wohnanlagen waren modern gebaut und mit hellen Pastellfarben verputzt. Viele Wohnungen hatten Balkone und Luxusausstattungen wie moderne Badezimmer, Holzböen und Waschküchen mit elektrischen Waschmaschinen im Keller. In jeder Wohnhausanlage gab es Platz für eine Krabbelstube und einen Kindergarten. Die Gebäude standen weit genug auseinander, sodass man von jedem Fenster aus auf grünen Rasen und auf Räume blicken konnte. Ein solcher Luxus zu einem Preis, den sich arbeitende Menschen leisten konnten, war zu jener Zeit etwas völlig neues. Wurde übrigens in den USA kopiert. Ich habe einmal im Zug eine Exkursion in New York, einen Bau gesehen, den habe ich fotografiert und den allen Wienern gezeigt haben und jeder hat geglaubt, dass der in Wien steht. Und der wurde nach Wiener Vorbild damals in den 30er Jahren von einer Arbeit der Eisenbahner Gewerkschafter in New York City errichtet. Vielen, vielen Dank, liebe Gabriel Andrea, für das eintauchen lassen in das Leben, in ihr Wirken, in ihr Sein, in ihre Person. Also hinter diesen vielen wunderbaren, wichtigen Werken auch für die Frauen in diesem Land, in Amerika, überall aus der ganzen Welt. Also ganz wichtige Standardwerke, die man auf jeden Fall gelesen haben muss. Und ich möchte mir gleich Fragen, die wir uns auf Facebook erreichen, überreiten. Nämlich, es würde auch mich interessieren, sehr viele Besucher in Wien, haben hier immer wieder gekommen, Ehrungen entgegennehmen können. Wie war denn Ihre Beziehung zu Wien? Wie hat sie Wien gesehen? Wie hat sie das miterlebt? Wie hat sie auch stark spätisiert in Österreich, dass wir nachlässig wären, um Frauen vor dem Vorhang zu holen, sich zu behörden, etc.? Also wie hat sie gesehen, die Barrierebeziehung, wie hat sie generell dieses Frauen vor dem Vorhang holen? Vielleicht Andrea? Ja, also explizit hat sie sich zu dem Thema nicht geäußert, aber sie hat, ich glaube eh bei dem Vortrag in der Nationalbibliothek, hat sich vorgewogen, wie unglaublich großartig es ist, dass eine Regierungspartei, damals waren wir eine Regierungspartei, eine politische Akademie hat, die sich mit solchen Themen beschäftigt, also außerhalb der Tagespolitik, also Bücher ehrt oder Werke ehrt oder so. Sie hat gesagt, das ist einzigartig auf der Welt, das weiß ich jetzt. Sonst kann ich das jetzt eigentlich nicht weiter beantworten. Wien war für mich von Kindheit an immer mit dem Begriff der Schönheit und Harmonie verbunden, das Zusammenkommen von verschiedenen Kulturwelten, die herrlichen offenen Plätze, umgeben von barocken Gebäuden, das Feiern und Ehren künstlerischen Talentes, und dann natürlich Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, auf ewig und immer, deren Genie einem in den dunkelsten Zeiten Mut und Kraft gibt, die schöpferische Spielfähigkeit der Menschen als Quelle der Lebensbejahung zu erfassen. Ich glaube, das drückt es ganz gut aus, wie sie Wien gesehen hat und auch geliebt hat. Ja, vielen Dank. Alexander, der diese Frage gestellt hat, also durch Facebook, wie die Beziehung Gerdes zu Wien war, hat immerhin auch gefragt, ebenso auch der Peter, wie kann es sein, dass man von Gerda Lörner noch nichts gehört hat? Also er hat sicher etwas versorgen, weil Alexander auch Peter sagt, er hat sich sehr viel mit dem jüdischen Wien beschäftigt, wie kann es sein, dass er auch Alexander von Gerda Lörner noch nichts gehört hat? Was haben wir da als Wien oder als Partei oder als Österreich vielleicht noch vorab sein? Und was müssen wir da für zustellen? Also möglicherweise wurde sie bei uns mehr als Historikerin und Feministin rezipiert, denn als Emigrantin. Das war natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber ich habe sie auch einmal zunächst kennengelernt durch ihre Werke. Und dann habe ich erst erfahren, dass sie eigentlich aus Österreich kommt und unter dramatischen Umständen von hier weg musste. Und dass sie sich auch, sie war ja auch eine assimilierte Jüdin, also sie hat, oder wenn ich jetzt von ihrer Tochter, die ich ja mittlerweile besser kenne, als ich die Gerda gekannt habe, und auf die Gerda schließe gab es nicht viel, wie soll ich sagen, sie war nicht religiös, sie war überhaupt nicht religiös. Und sie hat das natürlich, das war Teil ihrer Geschichte, aber sie hat selber nicht so in den Vordergrund gestellt. Aber wie gesagt, bei der vergassene Ausstellung im Jüdischen Museum über Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die vertrieben wurden, oder Leute in der Wissenschaft, und da war sie schon präsent. Dankeschön. Eine weitere Frage der Erreichung von Irene, die fragt, oder auch betont, wie schön es ist, wie toll es ist, dass wir das Thema aufgreifen. Und sie hätte gerne über die Mutter von Gerda Lörner noch ein bisschen mehr erfahren. Sie war eine Künstlerin, fragt Irene. Könnte jemanden auch noch ein bisschen über die Mutter von Stein noch berichten? Ja, sie war eine Malerin, also im Feuerkraut wird sie eigentlich sehr ausführlich beschrieben, als sehr, sehr künstlerische Person, die eher mit Haushalt nicht so viel am Mut hat. Und zwar, und dann auch im Exil eigentlich ein Leben auf sich nimmt, das von wirklich großer Armut geprägt war, nur um ihre Kunst ausüben zu können. Und sie ist leider sehr bald gestorben, ich glaube, sie ist ungefähr 50 geworden. Es hat vor einem Jahr eine Ausstellung ihrer Werke im Jüdischen Museum gegeben, und da gibt es auch einen Katalog dazu. Ja. Aber natürlich, ich habe sie nicht bekannt, und ich weiß auch von ihr nur das, was im Feuerkraut drinnen steht. Aber sie muss eine schillernde Person gewesen sein, hochinteressant. Und wie gesagt, die Gerda hat zwar ein großes Leid in ihrem Leben, dass sie die Mutter nicht zu sich holen konnte, und dass sie sie nicht mehr gesehen hat. Danke, Andrea. Hildeka, möchtest du noch etwas dazu stellen? Na, also zu dem Bereich jetzt nicht, zur Mutter. Ich hätte noch eine Frage über Facebook. Wie können wir Gerda Aktivistinnen tun, nämlich? Sie war von klein auf politisch aktiv in der Partei, in der Frauen- und Rechtsbewegung, Frauenschutzforschung, hat viele Organisations für Frauen und Männer mitgegründet. Was könnten wir, wenn wir das jetzt transferieren, in die Zeit jetzt auch, wenn wir hier die Corona-Zeit hernehmen, viele Beschränkungen, Demokratie, automatische Beschränkungen auch uns lasten. Wie könnten wir das, was Gerda gelebt hat, geschrieben hat, gesagt hat, wie er sie gewirkt hat, in die Jetztzeit transferieren, den jungen Frauen und generellen Frauen mitgeben, nämlich auch, was das ganze politisch Aktivsein betrifft. Herr Diffel, da habe ich schon so eine Aussage, die ich mir schon auch notiert habe. Ja, dazu möchte ich ganz kurz sagen, also für Sie war eben diese Wichtigkeit von Frauengeschichte und diese Emanzipation und die Veränderung dieser patriarchalischen Gesellschaft. Und das wäre für heute mit dem Stichwort halbe-halbe, ja, also zu mehr Demokratie, geschlechter Demokratie und dass wir versuchen, an dieser Veränderung, dass die Frauen und die Männer herausgefordert sind, an dieser Veränderung teilzuhaben. Sie sagt zwar, die Frauen, die haben das internalisiert oder sind indoktriniert von diesem Patriarchat. Und wenn einem das aber bewusst wird, ja, dann hat man die Chance, die Möglichkeit, neue Schritte zu setzen, und eben, ich sage es jetzt noch einmal, auf den Weg zu einer Geschlechterdemokratie zu kommen. Und da sind wir alle herausgefordert. Ja. Ja, vielleicht kann ich noch hinzufügen, die Gerda hat ja auf unterschiedlichsten Ebenen politisch gearbeitet. Also sie hat ja als bürgerlicher Teenager Geld gesammelt für Familien von politisch Verfolgten und hat das denen heimlich gebracht. Dann später in den USA hat sie in ihrer Nachbarschaft so eine Art kleine Kommunen etabliert, dass sie gemeinsam kochen und so eine Sachen, damit man nicht so isoliert ist. Dann hat sie immer natürlich geschrieben und letzten Endes eben durch ihr Werk hat sie ja wirklich sehr, sehr viel beigesteuert. Also der Aktivismus waren so die ersten Jahre, und man hat es ja auch eben auf der Ebene des Intellektuellen gemacht. Aber für mich wäre die Botschaft, überall wachsam sein, überall politisch sein. Und so einfach. Ja. Schön. Schön. Wir haben ja einweitend gesprochen, dass es eine Ausstellung geben wird über unsere Social Media-Panäle. Was erwartet uns der April? Es ist natürlich jetzt alles in dem virtuellen Raum, nach Paris. Wir können sich jetzt diese Preise auch vielfach nicht so zeigen. Aber dennoch vielen Dank für die aprilische Vorbereitung auch in dieser Sache. Vielleicht können Sie uns ein bisschen reinholen. Das werden wir wieder sehen. Wie erklärt es? 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 Na ja, wir haben anhand des Bildmaterials, das wir noch vom Renner-Institut haben, haben wir dann dazu immer verschiedene Texte, also Zitate von der Gerneleiner dazu gegeben. Also es gibt ein Bildmaterial und immer ein Zitat dazu, das ausdrückt ihre Intention und ihr Aktivismus und ihre politische Zielsetzung. Ja. Und das sind mehrere Bilder. Ja. Es war sicher auch sehr bewegend, sich da hinzusetzen und diese Bilder herzuholen. Auch eben einerseits, man liest ja viel, man kann dann die Zitate, die Ausführungen dann auch verbinden mit den Bildern. Das ist sicher eine gute Sache, die hier entstanden ist und die wir euch, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen ja auch teilnehmen lassen wollen, indem wir heute eben mit dem Gespräch mit euch beiden, aber eben auch mit den Bildern dazu gestellt, dass wir das Bild einer so großen Pionierin, einer so großen Tochter Wiens einfach komplett machen wollen. Also am 30. April bitte, wie wir Instagram und Facebook das EGA vom Kommunikationszentrum anschauen. Und ja, Aurea, du hast schon von Herbst gesprochen, wo wir noch weiteres vorhaben. Was ist da so in der Pipeline? Vielleicht kannst du es da auch noch ein bisschen reinholen. Ich glaube, das wäre für Hildegard besser als ich. Ja, wir waren schon zusammen in der Vorbereitung. Wir wollen auch einige Wissenschaftlerinnen, also Historikerinnen dazu bewegen, dass sie mit uns eine Veranstaltung machen und vielleicht auch auf der Uni. Es ist noch nicht ganz geklärt, aber dass wir eben auch viele Studenten und Studentinnen erreichen, und Gerda Lerner ihr Leben bzw. ihr Wirken und ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Also das wäre Ziel. Wir sind dann auch in der Vorbereitung, weil wir wollten jetzt einmal den ersten Durchgang machen, der ja heute virtuell auch ganz super das gemacht worden ist oder ermöglicht worden ist. Also hoffen wir, dass im Herbst dann nach der Corona-Krise, dass wir dann zusammenkommen können auf einer Ebene, wo viele, viele Frauen, junge Frauen und Männer sich darüber auch noch austauschen können und ja. Für die jetzige Veranstaltung war ja auch geplant, weil die Tochter von Gerda Lerner hat Stefanie eingeladen, hat ja auch zugesagt und dann ist uns Corona dazwischen gekommen. Also sie ist aber bestimmt bereit, auch im Herbst zu kommen. Mhm. Auf ihre eigenen Erinnerungen und ihre Mütter dann beizusteuern. Mhm. Nein. Also ich glaube, es war zwei Tage vor ihrem 100. Geburtstag ganz wichtig und uns allen, wirklich ein Notungsbedürfnis, ihr zu gedenken, über zu sprechen, ihre Zitate hervorzuholen und eben ab dem 100. Geburtstag auch Bilder von ihren, von ihren Wirken auch darzustellen. Ja, more to come. Also vielen Dank auch schon für das Voraussland und Planung auch für die Veranstaltung, die noch kommen mag. Und ja, Stefanie, wollten wir auch dabei haben und ich hoffe, ich schaue sie es vielleicht auch zu jetzt oder wir das nachschauen. Das Bild bleibt ja aufrecht auf unserer Webseite. Und ja, wenn es von eurer Seite noch ein Abschlussstatement geben soll, dann bitte eine Einladung noch, kurz ein Abschlussstatement hier abzugeben. Und ich bin erschöpft, das heißt, wir haben alles gut beantwortet. Wir danken für die vielen Herzen und die Zustimmung. Schön für die Veranstaltung ist und dass es gut war, Gerda Lörner vor dem Vorgang zu holen und ihrer zu gedenken. Vielen Dank aus Petaslo. Ja, ich würde dir, Herr André, noch einmal das Wort geben für ein Abschlussstatement. Also ich bin sicher, dass ich die Gerda sehr freuen würde, wenn sie uns da jetzt beobachten könnte und hören würde und sehen würde, dass ihr Werk weiter gewürdigt wird in ihrer alten Heimat. Und ja, also nicht nur jetzt als Mitübersetzerin möchte ich das Buch Feuerkraut allen als herzlichen. Es liest sich wirklich ganz, ganz spannend. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein sehr anstrengender Text ist, überhaupt nicht. Also es liest sich so. Ja, das finde ich. Und das ist sehr inhaltsvoll. Also in dem Buch ist unglaublich viel drin. Also wirklich eine Empfehlung. Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank. Super. Ja, ich möchte noch einmal die feministische Historikerin zitieren. Zum Abschluss. Gerda Leiner sagt, meine Arbeit gründet sich auf der Überzeugung, dass das Patriarchat ein Produkt der historischen Entwicklung ist und auch durch historische Prozesse beendet werden kann. Und hier meine ich eben, was ich schon vorher angedeutet habe, das wäre genau diese Veränderungsstrategie. Wir sind herausgefordert, diese historischen Prozesse, ja, dass die entstehen. Ja, dass wir das betreiben und weiter, die Geschichte weiterlegen wird. Ja, Willi, das ist unser Auftrag, den ich auch hier mitnehme. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, für die wirklich vielen architischen Vorbereitungen, für dieses tolle Gespräch jetzt unter uns. Ich möchte mich bedanken bei auch noch einmal dem EGA, dem Renninterview, dem Frauenstudienzirkel und auch der Überzeugungsakademie. Es war ein toller genungener Abend. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich persönlich auch sehr gefreut, dich wieder zu sehen und dich Andrea zu sehen, zu sprechen und zu sehen und zu hören. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.